Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer kleinen Information und zwar geht es heute um den Stream von heute Abend. Es geht los um 20.30 Uhr circa. Also zwischen 20.30 Uhr und 9 Uhr. Hätte ich mal gesagt starten wir. Ich tippe aber eher so in Richtung 20.30 Uhr. Ich hoffe ihr seid dabei. Es wird auf twitch.tv sein dieses Mal wieder. Weil ich das immer noch mit meinem neuen Computer aufnehme jetzt. Oder besser gesagt streamen wir jetzt dann. Und da habe ich bisher nur Twitch eingerichtet und YouTube dauert da ein bisschen länger. Und deswegen wird das alles auf Twitch sein. Der Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann sage ich mal bis später dann. Man sieht sich dann auf Twitch. Bis dann dann. Tschüss.